In dieser Folge lernst du, wie Frauen flirten. Frauen flirten nämlich anders als Männer. Und wir werden dir jetzt in dieser Folge konkrete Beispiele aus der Praxis, aus der Erfahrung unserer Teilnehmer und von unserer Erfahrung mitgeben, damit du das nächste Mal, wenn eine Frau mit dir flirtet, das Ganze auch erkennen kannst. Und dann natürlich mit ihr flirtest. Wir haben eine These. Und die These, die wir euch heute präsentieren, die hat sich in endlos vielen Situationen bestätigt. Und die ist folgende. Frauen benötigen einen Vorwand, um mit euch zu flirten, um das Ganze vorwärts zu bewegen. Sie brauchen eine Ausrede. Und wir werden dir gleich ganz konkrete Situationen und Beispiele geben, anhand derer du verstehen wirst, wie Frauen flirten. Und dann wirst du hoffentlich das nächste Mal, wenn Frauen mit dir flirten, das Ganze auch anwenden können. Also, mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu verführen und zu behalten, die du wirklich willst. Und mit dabei haben wir wieder Dominik van Aver, unserem Experten für Selbstbewusstsein. Und das ist der Freundin finden Podcast. Schön, dass wir diese Folge heute einmal machen. Die Geheimsignale, wie Frauen mit dir flirten. Denn, also das ist ja auch eine Frage, die wir auch ständig in den Coaching-Calls bekommen. Und auch etwas, was die Männer, wo ihnen dann die Schuppen vor den Augen fallen, wenn wir ihnen sagen so, ja, guck mal, sie hat doch gerade mit dir geflirtet. Also, ich freue mich sehr auf die Folge. Ich bin sehr gespannt, über was wir alle sprechen werden. Und, ja, lass starten. Bestes Beispiel, dass Frauen eine Ausrede brauchen, um mit dir zu flirten. Mich hat vor kurzem eine alte Freundin angeschrieben, und zwar über LinkedIn. Und ich habe Dominik gerade davon erzählt. Was sie gemacht hat, ist, sie hat einfach ein Gespräch wieder begonnen. Sie hat gesagt, hey, was machst du zurzeit und dies und das. Und auf LinkedIn ist das Ganze ja professionell, in einem professionellen Rahmen. Ja, sehr schnell hat sich das Ganze aber in einen flirtigen, spaßigen Stil umgewandelt. Und irgendwann habe ich über ICQ geredet. Kann ich nicht sagen, wie, aber es ging um diese ICQ-Zeiten. Wer ICQ noch nicht kennt oder nicht mehr kennt, das war ein Messenger, so ähnlich wie WhatsApp, nur eben auf dem Rechner vor 20 Jahren. Also gerade so, als wir Teenager waren und mit unseren Mitschülern und Mädels, die wir mochten, irgendwie vielleicht, wenn wir Glück hatten, mit ihnen gechattet haben, sind nach Hause gerannt und hatten schon direkt die Finger am Rechner, an der Power-Taste, um den anzumachen und dann ICQ aufzumachen und dann direkt weiter mit den Freunden gechattet. Und manche hatten MSN-Messenger, das waren aber, die waren nicht cool, die die MSN hatten. Das waren die. MSN und dann gab es noch AIM, AOL Instant Messenger. Das hat aber niemand. Noch manche und dann, die Freunde aus USA, die haben mir erzählt, die haben immer AIM benutzt, ja. Okay, und diese Frau hat mich angeschrieben und dann ging es um ICQ und ich habe gesagt, ich glaube, ich kann wahrscheinlich noch meine ICQ-Nummer auswendig, warte. Ich glaube, ich kann sie. Dann bin ich auf die Website gegangen und habe das getestet. Es gibt tatsächlich noch ICQ, habe das direkt getestet, aber ich bin nicht reingekommen. Ich weiß nicht, ob die meinen alten Account gelöscht haben, keine Ahnung, aber ich bin nicht reingekommen. Und dann habe ich ihr das gesagt und sie hat gesagt, wow, krass, an meine Nummer kann ich mich nicht mehr erinnern, aber sie war bestimmt und dann hat sie mir ihre Handynummer geschickt, ihrem neuen Handy. Und das war so ein perfektes Beispiel, wo ich gedacht habe, so aha, du möchtest, dass ich dir gerade aufs Handy schreibe, dass ich dort anschreibe. Okay. Ja, ein Vorwand. Dann haben wir über WhatsApp geschrieben, das, haben ein bisschen telefoniert über mehrere Wochen und dann hat sie mir irgendwann einen Satz geschrieben, der einfach komplett untermauert und diese These in diesem Fall absolut bestätigt. Und wir werden dir gleich noch weitere Beispiele geben, wieso Frauen immer ein Vorwand brauchen, um mit dir zu flirten. Und sie hat folgendes geschrieben. Sie hat gesagt, ich habe die Tage einen Excuse, also eine Ausrede gesucht, um dir zu schreiben, aber keinen gefunden. Und ich habe geantwortet, hey, dieser, dieser Excuse ist doch völlig valide. Wie geht's dir? Und dann fängt es wieder los. Und ich finde, das bringt es total auf den Punkt. Ich habe eine Ausrede gesucht, dir zu schreiben, aber keine gefunden. Was mache ich jetzt? Sie war wenigstens so ehrlich, dass sie das mir direkt so gesagt hat. Viele tun das nicht. Den Elefanten im Raum angesprochen. Genau, genau. Das ist es. Das ist die Technik, die wir auch beibringen, die völlig legitim ist. Wenn du nicht weißt, was du tun oder sagen sollst, dann sprich einfach den Elefanten im Raum an. Wenn andere gerade irgendetwas tun oder sagen, was dir nicht, weiß ich nicht, womit du nicht umgehen kannst, dann sprich den Elefanten im Raum an. Und das hat sie getan. Ja, und wunderbar, weil das hat das Ganze wieder ins Rollen gebracht. Und ja, jetzt treffen wir uns auch in den kommenden Wochen. Super cool. Also, diese These, die bestätigt sich aber nicht nur in meiner Erfahrung. Die bestätigt sich auch, wenn du auf die Geschichte der Menschheit schaust. Genau, Drumroll, please. Wir haben so schöne Beispiele wie, wenn eine Dame von vor 300, 400, 500 Jahren von der Kutsche gestiegen ist und der Gentleman hat ihr was gemacht, wenn er ihr geholfen hat, von der Kutsche zu steigen? Er hat ihre Hand gehalten. Er hat seine Hand angeboten. Warum hat er das gemacht? Kann sie nicht ohne ihn von der Kutsche steigen? Ist das wirklich so? Stell dir mal vor, das ist dasselbe wie heutzutage. Das hat sich bis heute getragen in unserer Kultur. Dieses klassische, der Mann öffnet die Tür für die Frau. Das ist auch beim Rein- und Rausgehen von Gebäuden so. Das kommt daher, dass Frauen auf der Kutsche ihre Hand dem Mann angeboten haben, dass er ihnen helfen kann, von der Kutsche zu kommen. Sie brauchen diese Hilfe nicht. Du kannst dir so eine Kutsche vorstellen, die ist nicht so hoch. Gibt es auch Treppen, da kann jeder rauf und runter gehen. Aber sie hat trotzdem so getan, als ob sie es nicht alleine hinbekommen würde, damit sie mit einem Mann die Hände berühren können. Damit sie Händchen halten können für eine kurze Zeit. Damit sie sich berühren können und sich näher kommen. Nicht nur das, es ist allein schon flirtig, wenn eine Frau einem Mann die Möglichkeit gibt, seine Stärken ihr gegenüber zu zeigen. Und in diesem Fall ist es seine Kraft, weil er ihr hilft, da von der Kutsche zu steigen. Aber du kannst dir vorstellen, das Ganze ist ja eigentlich wackeliger, als wenn sie sich einfach nur am Gerüst festhalten würde. Also so eine Hilfe ist das nicht. Das ist eigentlich eher ein Hindernis. Dennoch haben es Frauen gemacht und es ist Teil unserer Kultur geworden. Dieses Umhilfe fragen. Oder noch ein anderes Beispiel. Dominik, du hast es vorhin richtig gesagt, wenn die Frau ihr Taschentuch hat fallen lassen. Und der Mann hebt es auf und dann entschuldigen sie, sie haben das fallen lassen. Oh, habe ich das? Oh, mein Held. Genau, der Mann kann der Held sein. Genau, der Held sein. Und der Frau ist es natürlich bewusst, dass sie das Taschentuch fallen gelassen hat. Sie macht das ja mit Absicht. Damit sie das unschuldige Mädchen sein kann, welches du retten kannst. Und in Hollywood oder entsprechend auch dann im Theater, dann vielleicht auch, gibt es ja dann diesen Trope Damsel in Distress. So, dass du halt dann die, oder dass diese Frau dann in einer prekären Lage ist und du als Held oder der Held geht dann entsprechend so die Extrameide, um sie zu retten. Und dadurch bist du dann als Mann der Held. Du fühlst dich besser, du fühlst dich stärker. Du fühlst dich als derjenige, der sie gerettet hat. Aber sie hat das Ganze initiiert. Genau, es ist für Frauen eine ganz andere Geschichte als für Männer, wenn es darum geht, wie lernen wir jemanden kennen. Für Männer ist die ganze Verantwortung beim Ansprechen scheinbar auf unseren Schultern. Wir denken, und deswegen sind wir dann auch so frustriert, wir denken, es ist eigentlich mein Job als Mann, das zu können. Auf eine Frau zugehen zu können, ihr Hallo zu sagen, irgendwie ein Gespräch zu beginnen, das Gespräch aufrechtzuerhalten, zu flirten. Was bedeutet das? Direkt eine Verbindung aufzubauen, sodass sie dich wiedersehen will. Und dann kommen noch andere Sachen hinzu heutzutage, wie eine Handynummer austauschen und lauter so Punkte. Wir glauben, diese ganze Verantwortung ist auf unseren Schultern. Und teilweise haben wir auch diese Verantwortung. Zu einem anderen Teil haben Frauen eine andere Verantwortung, auch kulturell einfach. Das hat sich so übertragen über die Jahre hinweg, die Jahrhunderte hinweg. Und einer dieser Punkte, wo Frauen in Vorleistung gehen, ist, dass sie dir das Ansprechen leichter machen wollen. Das ist zum Beispiel heutzutage noch so beim Ausgehen, wenn du im Club bist. Und eine bestimmte Frauengruppe oder eine bestimmte Frau sich immer wieder in deiner Nähe aufhält. Das habe ich schon oft erlebt. Jetzt heißt das nicht unbedingt, dass sie dich will oder dass sie unbedingt von dir angesprochen werden will. Vielleicht war das auch einfach der Platz, wo sie sich hinstellen wollte. Alles möglich. Aber ich habe es auch genauso schon oft mitbekommen, dass die Frau tatsächlich angesprochen werden wollte. Und dann gab es einen Moment, der war total sinnbildlich. Weil dann habe ich irgendwann sie angesprochen und habe gesagt, was hast du eigentlich geglaubt, wie lange es dauert, dass ich Hallo sage? Und dann hat sie gelacht und hat unschuldig getan. Was? Nee, nee. Wer bist du denn? Und sie hat sich halt ertappt gefühlt. Weil genau das war ihr Plan. Sie wollte von mir angesprochen werden. Deswegen war sie in meiner Nähe. Das ist ja gerade das Ding, dass wir da nochmal einhaken mit dem, ja, sich in die Nähe stellen. Das ist ja gerade genau die Strategie dahinter, dass es ein Zufall sein könnte, dass sie immer wieder den ganzen Abend über vier Stunden oder was, die du im Club bist vielleicht, immer wieder in der Nähe von dir ist. Also wenn sie das vier Stunden lang macht, dann hat sie echt Ausdauer und dann bist du echt blind. Aber sagen wir so, die erste halbe Stunde. Wenn sie das halt immer wieder macht, du gehst halt mal zur Bar und dann ist sie auch in der Nähe. Oder du gehst auf die Tanzfläche und sie tanzt in der Nähe. Und dann gehst du raus, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Dann ist sie auch zufällig ein bisschen später da. Das sind halt, das ist halt die Strategie, dass es halt entweder Zufälle sein können oder sie macht es halt so, sie forciert das halt. Und, aber sie ist halt trotzdem die Unschuldige dabei, weil es ist nicht ihre Aufgabe, Hallo zu sagen, den ersten Schritt zu machen. Es ist deine. Und sie bietet dir dafür entsprechend, ja, Vorlagen dazu. Sie stellt sich in deine Nähe, damit du den ersten Schritt in Anführungszeichen machen kannst. Das ist so schön, weil diese Strategie, diese ganz unterbewusste Verhaltensweise von, nicht alle Frauen, wir müssen nicht generalisieren, aber in den meisten Fällen von Frauen, weil es kulturell, aber auch psychologisch einfach sich so etabliert hat, dieses den Rahmen zu erschaffen, in dem dann etwas Magisches entstehen kann. Das sind zwei unterschiedliche Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, den Rahmen zu erschaffen, in dem was passieren kann, in dem was Magisches geschehen kann. Und das andere ist, tatsächlich dann auch diesen Raum zu füllen, so das, also mit Aktion zu füllen, mit Handlung zu füllen. Das Beispiel ist tatsächlich ganz simpel. Jemand gibt dir eine Leinwand und die hat eine gewisse Maße, die in A3 und gibt dir Pinsel und Farbe. Das ist der Rahmen, in dem Magie passieren kann. Es ist jetzt deine Aufgabe zu malen und etwas Wunderschönes zu malen. Das ist die eigentliche Handlung. Und diese beiden Rollen, die sind traditionell, das kommt aus dem Tantra, kommt aus dem fernöstlichen, sehr schön in dieser Kultur erklärt worden, sind typischerweise männliche und weibliche Aufgaben. Yin und Yang. Die männliche Aufgabe, jeder Mensch hat beides in sich, männlich und weiblich, aber die männliche hat die Aufgabe, den Rahmen zu erschaffen. Also die Grundlage, auf der dann etwas Magisches passieren kann. Und die weibliche Energie, die sorgt für das Leben, also dafür, dass dann tatsächlich ein Kunstwerk auf dieser Leinwand entsteht. Und diese Strategie, dass wir Männer dafür verantwortlich sind, den Rahmen zu erschaffen und die Frau dafür verantwortlich ist, das Ganze mit Leben zu füllen, instinktiv kennen wir diese Handlung schon. Instinktiv wissen wir, wenn wir eine Frau zum Tanzen auffordern, dann ist das das meiste, was dort an Schönheit passieren wird. An schönen Bewegungen, an grazilen Bewegungen, an Schwingungen, an Ästhetik, an dem, wo andere Menschen denken, das ist ein schöner Tanz, passiert zum größten Teil bei der Frau. Wir Männer, wir führen das Ganze wie ein relativer Strich und machen ein paar Bewegungen mit den Händen, aber die ganze Arbeit verrichtet eigentlich die Frau. Die ganzen Drehungen und klar gibt es auch Tänze, wo der Mann auch was tut und sich ebenfalls dreht, aber in den meisten Tänzen ist es meistens die Frau, die mehr Breakdance, okay, aber das ist genderneutral, da können beide dasselbe machen. An jedem Paartanz ist das die Norm. Die Frau füllt das Ganze mit Leben und der Mann gibt den ersten Impuls. Möchtest du mit mir tanzen, streckt seine Hand heraus. Dann nimmt sie an und füllt das Ganze mit Leben. Und diese Strategie, die nutzt jetzt, wenn es darum geht, den ersten Schritt zu machen, die Frau ebenfalls, aber andersherum. So, sie gibt dir den Rahmen und überlässt dir dann die Arbeit. Ja, so, sie macht das, was sie kennt. Sie gibt dir eine Ausrede, sodass du handeln kannst, wie sie es von dir als Mann erwartet. Ja, dasselbe ist wie wenn sie nach einem Feuerzeug fragt. Auch hier wieder, nicht jedes Mal, wenn eine Frau nach einem Feuerzeug fragt, heißt das, dass sie auf dich steht. Aber das ist eines dieser typischen Signale und Möglichkeiten für Frauen, um ins Gespräch mit Männern zu kommen. Ja, und das habe ich schon oft auch von meinen Freundinnen mitbekommen, dass sie genau das machen oder ein Gespräch beginnen, was ein komplett nebensächliches Thema hat. Ja, ein typischer Gesprächsstarter, den meine Freundin mir erzählt hat und ihre Freundinnen immer wieder verwenden, ist, kann man Brot eigentlich einfrieren? Damit starten die Gespräche mit Fremden, in irgendeinem sozialen Setting. Kann man Brot eigentlich einfrieren? Weil es fängt an, Menschen haben unterschiedliche Meinungen. Es gibt noch weitere solche Beispiele, die ich ebenfalls verwendet habe, um Gespräche zu beginnen. Sowas wie, benutzt du eigentlich vor dem Zähneputzen Zahnseide oder nach dem Zähneputzen Zahnseide? Wieder so eine Sache, wo sich die Geister scheiden und einfach ein organisches Gespräch sich entwickeln kann. Oder die klassischste Frage, die du und ich bestimmt schon hundertmal gestellt haben, Dominik, du weißt, an welche ich denke? Ich habe ein paar im Kopf gerade. Also, hast du den Kopf draußen gesehen? Oder bist du, wer lügt mehr, Männer oder Frauen? Wer lügt mehr, Männer oder Frauen? Genau. Auch das, es war so witzig, weil ich vor 13, 14 Jahren, als ich angefangen habe, als ich keinen Bock mehr hatte darauf, dass die zehnte Frau mir sagt, wir werden nur Freunde werden. Und Jungs, ich habe so viele Schmerzperioden da durchgemacht. Immer und immer wieder eine Frau gesagt, sorry, ich sehe dich nur als Freund. Und dass ich irgendwann einfach die Schnauze voll hatte und gesagt habe, ich verschreibe mir jetzt die nächsten fünf Jahre meines Lebens Minimum. Studium ist egal. Mein Beruf ist egal. Ich verschreibe mich jetzt dieser Reise. Ich will besser werden. Ich will es endlich verstehen, wieso manche scheinbar Talent bei Frauen haben und andere wie ich scheinbar nicht. Und ich will das auch hinbekommen. Ich will eine Partnerin haben, ich will mehr Erfahrungen sammeln und ich will das Ganze mit Tiefe machen und nicht einfach nur irgendein Arsch sein. So, als ich mich dazu entschieden habe, habe ich genau solche Sachen ausprobiert, habe es beobachtet. Einfach so viele Menschen beobachtet. Wie machen die das? Wie machen die das? Und daraus gelernt und dann einfach versucht und probiert. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon, keine Ahnung, wie viele Gespräche mit Wer lügt eigentlich mehr, Männer oder Frauen begonnen. Immer beim Ausgehen. Immer und immer wieder. Weil das war einer meiner Gesprächsstarter. Und dann kam irgendwann mal, als wir in Berlin feiern waren, das war im Studium, kam dann mal ein Kumpel und seine Freundin auf mich zu und hat gesagt, Leute, das ist total krass. Das ist total krass. Wir haben einen Geheimweg herausgefunden, wie du mit Menschen ein Gespräch anfangen kannst. Was denn? Frag sie einfach, wer lügt mehr? Männer oder Frauen? Ja, das stimmt. Das ist ein spannendes Thema. Lifehack. Ja. Genau. Und nach dieser Podcast-Folge wird jetzt eine Revival geben. Es werden jetzt so viele Männer aufgeben in die Clubs und genau diese Fragesteller. Könnt ihr machen? Passt. Klar. Klar. Die Frage ist ja nicht, ist ja nicht tot besprochen. Die Meinungen gehen immer noch auseinander. Ja, und so hast du ganz viele Beispiele dafür, wie Frauen den Start der Verführung, des Flirts initiieren und dir dann den Rest überlassen. Ich hatte mal eine Freundin, die hat, die hat mir, ich habe sie immer noch, aber sie hat, sie hat mal was, was Süßes gesagt. Und zwar war sie frustriert, weil sie immer noch Single war. Sie hat einfach so eine, so eine Periode gehabt, wo sie keinen Freund hatte und auch keinen, ich glaube auch keinen Sex hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie war frustriert und sie hat gesagt, ich kann einfach keine Männer kennenlernen. Ich weiß nicht, wo die sind. Warum gehen die nicht auf mich zu? Die sprechen mich nicht an. Ich treffe einfach keine Männer. Und dann habe ich gesagt, wie versuchst du sie denn kennenzulernen? Dann hat sie gesagt, ich gehe seit Monaten ins selbe Fitnessstudio, wo all diese süßen Typen hingehen und ich ziehe mich sexy an und ich mache nur Cardio. Ich laufe die ganze Zeit auf dem Laufband oder gehe von A nach B, einfach nur, damit sie mich ansprechen können. Aber keiner spricht mich an. Und daran musste ich mich vorhin erinnern, weil das so ein süßes Beispiel ist für, ja, Frauen wollen auch angesprochen werden. Nicht jede, nicht immer. Aber Mann, wenn du Chancen nicht wahrnimmst, dann passiert einfach nichts. Dann geschieht einfach gar nichts, weil es bringt gar nichts, frustriert zu sein und zu sagen, ja, aber wie soll ich denn diese Chancen erkennen und ich will es ganz richtig machen. Ich will perfekt sein. Ich will nur dann auf eine Frau zugehen, wenn ich 100 Prozent weiß, sie will, dass ich auf sie zugehe. Sie mag mich selber. Sie ist auch noch Single. Letzte Folge bin ich ja ganz schön sauer geworden wegen der Mann, der sich so aufgeregt hat, weil eine Frau mit ihm geflirtet hat, aber nicht Single war. So, es müssen all diese Faktoren gegeben sein und nur dann mache ich es. Ich muss 100 Prozent wissen, dass das funktioniert und ich muss wissen, was ich danach sagen soll und so weiter und so fort. Und am besten soll sie den ganzen Job erledigen. Aber das ist unrealistisch, Leute. Ja, du kannst natürlich besser darin werden und mit der Zeit wirst du auch besser darin, Signale zu erkennen, zu wissen, wann eine Frau gerade nur einen Vorwand nennt, um mit dir zu flirten, um mit dir zu telefonieren oder dich zu sehen oder mit dir zu schlafen oder ins Schlafzimmer zu gehen. Auch schon easy peasy, wenn du ins Schlafzimmer auf ein Date gehen möchtest, wenn ihr bei ihr seid, dann schau mal, ich habe hier, was weiß ich, irgendwelche Fotos von sich mit ihrer Familie oder ich wollte dir das noch zeigen und das sind die Ausreden, um dann in ein bestimmtes Zimmer zu gehen zum Beispiel. Ja, daher kommt auch dieses typisch, auch so eine alte Geschichte. Ich möchte dir meine Briefmarkensammlung zeigen. Das habe ich auch schon mal gehört. Vor hunderten von Jahren. So ein Ding. Ja, das ist eine Ausrede, um mit dir zusammen dann bei dir zu Hause zu sein. Also, es gibt noch viel Beispiele. Jetzt fällt mir ein, wie offensichtlich sogar die meisten sind. Wollen wir mal was trinken gehen? Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Das Ziel ist nicht, dass wir Kaffee trinken. Boah, der Kaffee war echt lecker. Ja, finde ich auch. Tschüss. Oder ist nicht das Ziel, beim Kaffee trinken gehen? Oder du... Ziel ist, dass ihr euch kennenlernt. Du machst einen Vorschlag zum Date-Treffpunkt, so erstes Date oder so oder bei mir das zweites Date und sie sagt so kurz vorher, ach, kannst du mich ein bisschen spät tragen, kannst du mich von zu Hause abholen? Ja, genau. Ja. Oder du kommst zum Date oder ist an der Arbeit und du hast Anzug an, hast eine Krawatte an und sie richtet sie dir und sagt, ach, das sieht ja aus, guck mal, komm mal jetzt her. Und dann richtet sie dir die Krawatte oder macht dir irgendwie ein Fussel von der Schulter weg. Das sind alles Ausreden dafür. Das sind Wege, wie ihr euch näher kommen könnt, damit sie dich berühren kann, damit ihr euch näher kommen könnt und das Ganze mehr wird. Oder ein neumodernes Beispiel, Netflix and Chill. Jeder weiß, was das bedeutet. Das bedeutet, Treffen, um Sex zu haben. Aber so werden wir das nicht sagen. Ja, so werden wir das nicht auch beim Chatten mit einer Frau sagen. Willst du zu mir rüberkommen, um Sex zu haben? Es sei denn, ihr seid schon auf dieser Ebene, dass ihr so direkt sein könnt. Ähm, wir sagen, oder nicht wir, aber Menschen sagen dazu und daher kommt das, wollen wir einen Film gucken und chillen. Netflix and Chill. Und irgendwann wurde das so offensichtlich, dass diese ganzen Pärchen sowieso nur miteinander vögeln wollen, dass das zu einem Synonym wurde. Ja, aber auch da wieder. Es ist der Vorwand. Wir treffen uns nicht, um irgendwas zu machen, Bestimmtes, sondern wir treffen uns, um eigentlich was ganz anderes zu machen. Und die Verführung, der Flirt, das Kennenlernen, das passiert nebenbei. Ja, und diese Strategie passiert ganz unterbewusst. Ja, das ist nicht mal in den meisten Fällen irgendetwas, wo Frauen, ja, so ganz, ganz perfide und strategisch da an die Sache rangehen. Überhaupt nicht. Ja, Frauen machen das, weil sie es gewohnt sind, weil sie es schon tausendmal gesehen haben, gelernt haben, von ihren Freundinnen, von der großen Schwester, von wem auch immer, aus dem Film, aus dem Fernsehen. Und das wird einfach von Generation zu Generation weiter fortgeführt. Und wir Männer, von Generation zu Generation, werden wir immer unwissender, weil die Familien immer kleiner werden. Und wir sind nicht so gut im Kommunizieren wie Frauen, weswegen unser Vater uns nicht erklärt hat, wie man mit Frauen flirtet. Die meisten haben auch keinen großen Bruder mehr, der zeigt, wie das Ganze funktioniert, wie du eine Frau eroberst. Und wir hocken sowieso nur noch vor unserem Computer und kriegen eine abstruse Welt vorgesetzt, die nicht real ist und denken, okay, so, wie soll ich das jetzt in der echten Welt schaffen? Und dann hast du auch noch Pornos und so weiter und so fort. Und natürlich bist du dann einfach irgendwann an einem richtig dunklen, mentalen Ort und weißt nicht mehr, was du tun sollst. Und so jemanden hatten wir zum Beispiel erst vor kurzem, der zu uns in die Charisma-Analyse gekommen ist. Ich habe das irgendwie sehr schnell erkannt und auch angesprochen. Und es wurde echt emotional. Der Mann hat sich dann fallen lassen. Er hat seine Schwächen gezeigt, zugegeben und hat sich dann dazu entschieden, mit uns zusammen zu arbeiten. Und jetzt gibt er gerade Gas. Das ist erst vor knapp einer Woche passiert. Und jetzt ist er gerade, er gibt sich Mühe. Der ist in der ersten Woche und er hat schon richtig coole Erfahrungen mit Frauen, bis er mit. So wie der Roman, über den wir nächste Woche wahrscheinlich ebenfalls sprechen werden, der, meine Güte, der diese Woche, was hat er gesagt, in vier Tagen sechs Frauen, also jetzt nicht mit allen sechs Frauen geschlafen hat, aber sechs schöne Geschichten mit Frauen geschrieben hat, sagen wir so. Und, naja, nächste Woche mehr dazu. Ja, mein Lieber, diese ganzen Ausreden, diese ganzen Vorwände, die nutzen Menschen, die nutzen Frauen, um dir näher zu kommen. Aber wie sieht das Ganze denn im Verbalen aus, beim Flirt? Ja, also beim Tatsächlichen, wenn eine Frau mit dir spricht und mit dir flirtet. Ja, wie flirtet sie denn? Zunächst mal solltest du wissen, was das Ziel eines Flirts ist. Denn das kann wahrscheinlich auch ebenfalls ganz schön verwirren, wenn du keine Ahnung hast und wie ich ebenfalls keine Ahnung hatte. Das Ziel eines Flirts, was ihr gefällt, also ein Flirt, der ihr gefällt und dementsprechend dann auch dir gefallen wird, ist zu lachen. Und die Angst könnte natürlich sein, okay, lacht sie jetzt über mich? Nein, 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 nein. Streiche komplett einmal, dass Frauen über dich lachen, auch wenn das in der Vergangenheit mal passiert ist. Streiche das. Interpretiere jedes Lachen, als sie lacht mit mir. Das ist der Flirt. Ja, und wie sie lachen, das machen wir, indem wir emotionalen Wert austauschen. Das heißt, indem wir uns zum Lachen bringen, indem wir, meistens spielt sich das Ganze in Fantasievorstellungen ab. Ja, es geht um einen Boxkampf und dann sagt sie sowas wie, oh, ich könnte das überhaupt nicht, mich in den Ring setzen, in den Ring stellen und dann so verkloppt werden und sage ich vielleicht, ja, du würdest wahrscheinlich auch ganz schön abkassieren, würde dir ganz schön den Hintern versohlen. Und dann vielleicht antwortet sie, ja, vielleicht will ich das ja auch. Und dann geht es weiter und hin und her und hin und her. Und dieses Hin und Her, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber was ist da gerade passiert? Es war eine fantasievolle Sprache. Es war ein fiktives Szenario, aus dem dann ein Flirt entstanden ist. Ja, und Frauen machen das häufig, dass sie dir diese fiktiven Szenarien präsentieren, um dir wiederum den Rahmen, also den Vorwand zu geben, um mit ihr zu flirten. Ja, und alles, was du tun musst, ist mitmachen. Ja, mach mit bei diesem Szenario. Wenn du, nein, 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 ich doch nicht, sagst oder das Ganze abblockst, das ist das Schlimmste, was du tun kannst, einen Flirt abzublocken, weil du denkst, besonders durch das Wort nein. Nein, also das ist auch etwas, was ich leider häufig, ja, ist ein Killer. Ja, ist ein Killer. Da werden wir gleich noch zu sprechen kommen auf diese Regel, wie du mit einem besseren Wort umgehen solltest als nein. Nein, aber eines dieser echt absolut im Keim erstickenden Handlungen, die Männer ständig machen, ist, wenn es um jegliche Form der sexuellen Spannung geht oder eine Anspielung, dass sie gerne Sex hat oder ein sexuelles Wesen ist oder die Anspielung, dass sie vielleicht mit irgendjemandem schlafen möchte oder mit dir oder dich heiß findet oder andere oder irgendwas, dass der Mann dann aus diesem altertümlichen Gedanken heraus, dass, naja, die Frau, die ich mag, die ist ja keine S-C-H-L-A-M-P-E, deswegen würde sie das nie tun, mit einem Mann einfach so zu schlafen, weil, naja, weil ich als Mann schlafe fast nie mit Frauen und dementsprechend macht sie das bestimmt auch nicht. Nur hast du vergessen, dass bei dir der Grund ein anderer ist, nämlich weil du es nicht kannst und wenn du es könntest, würdest du es viel öfter tun, belüge dich nicht selber und deswegen, nee, nee, sie ist eine Heilige, Madonna-Ruhren-Komplex, sie ist bestimmt eine Heilige, sie macht es nicht. Und wenn sie dann flirtet und sie sagt irgendwie etwas so, ja, vielleicht willst du ja mit mir nach Hause kommen und sie sagt das irgendwie spielerisch, auch wenn du das vielleicht noch nie gehört hast, irgendein Beispiel, wo sie Sex als spielerische Situation impliziert. Und dann sagt der Mann, ja, nee, 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 so jemand bin ich nicht. Und er streitet komplett seine und ihre Sexualität ab. Das Schlimmste, was du tun kannst. Also nicht nur bist du damit, nicht, du sagst damit, dass du nicht derjenige bist, der, du bist nicht derjenige, mit dem sie Sex haben wird. Ja. So, weil das nicht in deiner Realität ist. Das ist damit, dass das Buch besiegelt. Alles klar, wir werden nie miteinander schlafen. Denn ich will das nicht und du willst das nicht. Okay, damit wird nichts passieren. Zurzeit kriege ich auch einige, aufgrund von einem Video, wo es irgendwie ums Küssen geht, bekomme ich wieder einige Kommentare von Männern und Frauen. Da sind die Welten auch gespalten. Meistens sind Frauen eher auf meiner Seite und Männer sind eher gegen mich, weil sie sagen, nein, auf gar keinen Fall, beim ersten Date küsse ich nicht. Das kann doch nicht so einfach gehen. Und Frauen wollen das doch nicht. Und, okay. Ja. So, wo waren wir? Ah ja, genau. So, das solltest du auf gar keinen Fall tun. Diese verrückte Fantasie oder diese sexuell geladene Fantasie, diese erotische, intime Situation, die sie gerade fiktiv aufbaut, solltest du nicht abschmettern, sondern weiter aufbauen, vergrößern, vergrößern, verdoppeln. Aus dem Impro-Theater, dem Improvisationstheater, gibt es dort eine Regel, die ich gelernt habe, als ich im Improvisationstheater war, die für mich direkt Sinn ergeben hat. Und dann habe ich das eine mit dem anderen verbunden und gesagt, genau das ist, was wir beim Flirten tun. Mann, ich sehe es die ganze Zeit und ich habe immer noch nicht A und B, 1 und 1 zusammenrechnen können. Aber das ist, wie ein Flirt am Leben bleibt. Es nennt sich die Ja und Regel. Und im Improvisationstheater gibt es Szenarien, die meistens am Anfang besprochen werden. Das ist wieder der Rahmen, ja. Szenarios sind zum Beispiel vier Schauspieler auf der Bühne oder lass einfach machen, nur zwei. Und das Szenario wird vom Publikum bestimmt. Das Szenario ist zum Beispiel, Patient besucht die Arztpraxis. Okay, habt ihr noch einen Wunsch? Welches Objekt werden die Schauspieler gleich irgendwie benutzen? Ja, und dann sollen sie sich das vorstellen, dass da ein Objekt ist. Und dann meldet sich einer und sagt, Fußball. Aber ist klar, Fußball. Also wir haben einen Patient, der zum Arzt geht und wir haben Fußball. Und bitte. Und dann legen sie los. Und improvisieren eine Szene, die meistens sehr lustig wird. Also emotional wertig. Und die Regel, die dieser Dynamik zugrunde liegt, ist die Ja-und-Regel. Ja-und bedeutet, alles, was der eine oder die andere sagt, muss vom anderen aufgenommen werden. Muss angenommen und erweitert werden. Ja, also ich sage, hier fang. Und dann werfe ich dir einen fiktiven Ball zu. Dann ist dein Job zu sagen, wow, alter, wirf doch nicht so hart. Genau, der ist doch schwer. Oder irgendwas. Ja, du nimmst dieses fiktive Szenario immer an und machst daraus dann mehr. Naja, wenn du stattdessen sagst, nee, aber hier, schau mal, ich habe eine Schatzkarte gefunden. Okay, das kann vielleicht einmal gut gehen, aber damit ist direkt der Flirt im Keller. Was ist, wenn der andere genauso destruktiv ist und sagt, die Schatzkarte, nee, nee, du, hier, guck nochmal, ich wirf dir den Ball nochmal zu. Dann reden beide aneinander vorbei. Das ist einfach nicht interessant. Das ist nicht spannend. Und jede Comedy, die du anschaust oder jeden Comedy-Podcast, funktioniert genau so. Diese Menschen sind sowas von schnell darin, diesen Ball hin und her zu spielen mit der Ja-Und-Regel und erweitern diese Szenarien so meisterhaft, dass du davon echt was lernen kannst. Und genau das ist beim Flirt essentiell. Dass du das Szenario, was ihr beide aufbaut, auch weiter aufbaust und nicht kaputt machst. Das Ding dabei ist ja natürlich auch bei der Ja-Und-Regel. Wenn sie etwas Sexuelles sagt und du hast noch ein Problem damit, dann sagst du halt Nein. So dein altes Ich würde halt Nein sagen. Nee, nee, ich mach das nicht. Zack, Flirt im Keim erstickt. Aber dass selber das Ja-Sagen, das Ja-Und-Sagen, zwingt dich dazu, dich selber nicht mehr so ernst zu nehmen. Also selbst wenn sie dann sagen würde, oh, da ist aber jemand dick geworden über die Feiertage. Und das ist für dich vielleicht ein delikates Thema. Das geht so in deine, so du fühlst dich damit getriggert, angegriffen. Und du würdest sagen, nee, ich bin doch nicht dick geworden, ist alles gut. Oder ja, nee, das siehst du falsch oder ist enge Hose oder was auch immer. Damit würdest du es im Keim ersticken. Aber du musst halt entsprechend, um den Flirt aufrechtzuerhalten, musst du ihr zustimmen. Und damit musst du dein Ego ablegen. Damit musst du zeigen, dass du dich selber nicht so ernst nimmst. Und damit öffnest du das Tor, die Tür zum Humor. Genau. Und wir haben es schon hundertmal gesagt, die Tür, wo wir gerade von Türen und Toren sprechen, die Tür zum Herzen einer Frau ist nicht durch Logik zu betreten. Du kannst dich nicht rein argumentieren. Es geht über die Sprache der Emotionen. Und Lachen, Freude ist eine der schönsten Emotionen. Ja, Nummer eins Grund, warum Frauen einen Mann toll finden, kannst du eine Umfrage direkt starten. Sie sagt, er kann mich zum Lachen bringen. Das ist eines der attraktivsten Eigenschaften. Daraus besteht diese Anziehungsdynamik. Du hast bei ihr etwas Emotionales bewirkt. Und das ist das Schöne daran, weil hier gibt es keine Strategie, die du irgendwo lernen kannst, was du an welchem Punkt genau tun und sagen solltest, weil das Ganze ist spontan. In jeder Situation wirst du eine neue Situation mit Frauen erleben, die spontan ist. Klar gibt es solche kleinen Gesprächsstarter, wie vorhin, haben wir dir diese Beispiele gegeben, wie wer lügt mehr Männer oder Frauen. Aber das sind lediglich Gesprächsstarter. Damit setzt du den Rahmen. Die Magie, die Pinselstriche auf der Leinwand, die ist jedes Mal anders. Das obliegt echt dir und das ist das Schöne daran. Das obliegt dir und der Frau daraus, was Wunderschönes zu erschaffen. Und da, mein Lieber, da kommt dieses Coaching ins Spiel, wo wir dir nicht irgendwelche Sätze geben, die du nachbappeln solltest, sondern wir zeigen dir, wie du wieder so authentisch und selbstbewusst wirst, dass du damit keine Probleme hast. Und das Ganze einfach aus dir heraus fließt. Und du witzig bist und Sachen erlebst, wie zum Beispiel sechs Dates in vier Tagen. Dass sowas einfach passiert. Ohne, dass du das herausforcieren musst, weil du einfach der Mann geworden bist, der gerne flirtet, mit dem Frauen vor allem auch gerne flirten, mit dem Frauen gerne sprechen und seine Nähe suchen. Und daraus kann sich dann mehr entwickeln. Gerade auch heute wieder ein Screenshot gesehen in der Gruppe von einem der Männer, der gepostet hat, wie schnell er auf ein Date gekommen ist. Die Frau hat ihm geschrieben und hat irgendwie gesagt, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, ja, nicht schlecht, ich esse gerade irgendwie was. Und dann hat sie gesagt, aber was, verschluck dich nicht oder isst nicht zu viel? Und, okay, ich kriege es nicht mehr genau hin. Aber auf jeden Fall hat er dann gesagt, vielleicht hast du ja auch Lust auf, dass es irgendwie Kirschkuchen gewesen wäre. Vielleicht hast du ja auch Bock auf Kirschkuchen. Und dann sagt sie, könnte ich einrichten. Und bumm, hatten sie direkt ein Date. Ja, diese Chancen zu nutzen, das ist nur eine Frage der Erfahrung. Weil mit jedem Mal, wo du solche Situationen hast, wo eine Frau mit dir flirtet und du erkennst das Ganze und du wirst besser darin. Irgendwann ist es nur noch für eine Frage der Erfahrung, weil du so selbstbewusst wirst in diesen Situationen, weil du jetzt schon so viel hattest und das passiert bei den Männern in diesen zehn Wochen der Flirtmaster Class, dass sie dann irgendwann so viele flirtige Situationen hatten, dass sie dann nicht mehr sich den Kopf zerbrechen, was sollte ich jetzt tun, sondern der nächste Schritt. An den erinnern sie sich und dann kommt der einfach aus ihnen rausgeflossen. Und dann verabreden sie sich oder gehen auf ein Date. So, diese Ja-und-Regel, die können nicht alle Menschen von Natur aus. Gerade wir Männer haben meistens damit Probleme, aber selbst Frauen haben damit manchmal Schwierigkeiten. Aber es gibt so süße Beispiele dafür, die dir zeigen, dass selbst Frauen, die nicht so gut im Flirten sind, dennoch ihr Bestes tun, um mit dir zu flirten. Und ich finde es immer sehr, sehr süß. Und das passiert, wenn Frauen so Allerweltsfloskeln benutzen. Ich flirte, ich baue ein Szenario auf, mache mir eine Anspielung, doppeldeutiges Sprechen, jada, jada, jada und so weiter. Und dann höre ich von ihr nur so, hm, na ja, siehste mal. Oder, ja, wer, das würde dir aber gefallen. Ja, klar, wer es glaubt, äh, ähm, ja, genau, diese Floskeln. Das Schöne ist, das hast du vorhin gesagt, Dominik, das Ganze ist ja auch auf einer extrem minimalistischen Weise ebenfalls konform mit der Ja-und-Regel. Weil sie nimmt das Szenario an und gibt so das Geringste, was sie sagen kann, um irgendwie emotional wertig zu sein, und gibt sie dir etwas. Wie eine Floskel, die tatsächlich, weil wir, das Ja, das Ja ist schon sehr gut. Das urdnis ist Ausbau für ich. Genau. Ja. Aber ansonsten, äh, ansonsten ist das, äh, ebenfalls einfach ein, ein Flirt. Ein Flirt, den, den sie vielleicht nicht aufrecht halten kann, aber dann macht das Ganze eigentlich nur noch leichter für dich. Weil, das bedeutet, du brauchst nicht der krasseste, extrovertierteste Typ zu sein. Überhaupt nicht. Ja, gerade unsere Stärke als introvertierte Männer, schüchterne Männer, Männer, die gerne in die Tiefe gehen, die nicht gerne an Oberfläche sind, weiß ich ja, ich kenne euch ja. Deswegen, hier, wenn du denn die Podcast-Folge auf YouTube schaust, dann siehst du ja hinter mir, was unser, ähm, was unser Slogan ist. Wir wissen, wie wir als Männer, die so ticken, gerne mit Frauen reden und das Ganze auch funktioniert. Ja, ich bin seit neun Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Die Chemie zwischen uns war nicht, weil ich so extrovertiert war und irgendwelche coolen Sprüche die ganze Zeit konnte. Überhaupt nicht. Aber ich habe verstanden, was Flirten ist. Ich konnte mit ihr flirten und das hat uns den emotionalen Nährboden gegeben, damit wir in die Tiefe gehen können. Nicht Smalltalk, nicht irgendwelche belanglosen Themen. Nein, wir hatten miteinander Spaß, wir haben gelacht und das hat den Nährboden gegeben, damit ich auch mehr in die Tiefe gehen kann. Und gerade diese Dynamik, dieser Wechsel der Emotionen von extrem leichtherzig und spaßig zu in die Tiefe gehend, vielleicht sogar ernst oder traurig oder, ähm, es muss gar nicht mal immer so düster sein. Das kann auch, das habe ich vom Makako gelernt, diese Frage, die echt auch wunderschön ist, um in die Tiefe zu gehen. Er fragt dann immer, auf Dates und grundsätzlich, wenn er Frauen kennenlernt, nach wenigen Minuten, ähm, wenn du ein Wunschhaus hättest, du kannst es füllen, wie du möchtest. Äh, du kannst sagen, wie viele Zimmer es gibt und was in den Zimmern drin ist und was draußen ist, im Garten oder, egal was. Erzähl mal, wie, wie sieht dein, deine Wunschvilla aus? Du kannst sie jetzt designen. Wie sieht sie aus? Und das bringt Leute zum, zum Träumen, ja, zum, zum Nachdenken, zum, boah, ich könnte mir das so und so vorstellen und dann noch das und dann noch das. Da gehen wir auch in die Tiefe, weil bei all diesen Beispielen, die sie dann sagt, boah, und dann, da muss auf jeden Fall ein Schwimmbad da sein oder es muss auf jeden Fall ein Kino haben oder in meinem Fall, es muss auf jeden Fall eine Sternwarte mit inkludiert sein. Das bringt mehr Futter, um weiter in die Tiefe zu gehen, um ihre Werte kennenzulernen, deine Werte kennenzulernen, die Grundemotionen, den Wertekompass von ihr kennenzulernen, all die Sachen, die wir in der DECKER-Methode bei uns im Coaching noch weitergehend sehr detailliert besprechen, sodass du die, sodass du keine Fehler mehr machst beim, beim Aussuchen von Frauen und du nicht, äh, fälschlicherweise dann 20 Jahre mit einer Frau zusammen bist, Kinder hast und dann irgendwann feststellst, eigentlich haben wir nie wirklich zueinander gepasst und dann bricht die Welt zusammen, weil sie sich von dir getrennt hat. Wir haben jetzt gerade wieder jemanden im Coaching, der ist 62, exakt das passiert. Er hat drei Kinder, von denen er dann erst vor ein paar Jahren herausgefunden hat, dass nur zwei seine sind und dann, ja, dann war es vorbei. Dann hat er sich endlich von ihr getrennt, ähm, nach mehreren weiteren, ähm, Punkten, die sich dann einfach gehäuft haben und das, das finde ich unnötig, äh, traurig, aber absolut unnötig, ne, weil, wenn ich sage, du kannst die Essenz der Seele eines Menschen schon innerhalb der ersten paar Treffen ergründen, dann meine ich das auch so. Das geht. 100 Prozent. 100 Prozent. Wenn du sagst, ne, wie denn, das kannst, das sagt, das sagen nur die Menschen, die keine Ahnung haben, wie das geht. Es geht. Das ist halt die Ja-Aber-Regel. Nicht die Ja-Aber-Regel. Die Ja-Aber-Regel, die sollten wir auch einführen. Oh. Was für Flirts würden daraus entstehen? Wird meistens von, wird meistens von Männern benutzt, die dann sagen, das geht ja nicht so, wie du es machst. Man kann eine Frau nicht so schnell küssen, man kann nicht so schnell in die Tiefe gehen. Ja, Und diese Männer haben dann halt entsprechend nichts vorzuweisen. Der Weg in die Einsamkeit führt über ein Ja-Aber. Schön. Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich die Ja-Und-Regel verwenden, mein Lieber. Gibt es noch andere Regeln? Es gibt noch einiges, was du dazu lernen kannst. Ich würde dir einfach nahe legen, dass du das Cleverste für dich tust und zu uns in die kostenlose Charisma-Analyse kommst. Denn sie heißt Flirt-Typ und Charisma-Analyse deswegen, weil wir uns ganz genau anschauen, was für ein Flirt-Typ bist du denn? Ja, wie flirtest du denn? Wie hast du bisher mit Frauen gesprochen? Welche Signale hast du bisher nicht erkannt? Welche Eigenschaften an dir sind jetzt schon so attraktiv, dass du sie flirtig, spielerisch, leichtherzig einbauen kannst, sodass ihr zwei euch kennenlernt auf einer tiefen Ebene, ohne dass das Ganze in die Freundschaftsschiene abdriftet und ihr tatsächlich ein Paar werdet oder miteinander schlaft und mehr Erfahrungen sammelt und aus den Erfahrungen bilden sich dann Pärchen. Und das machen wir in der Flirt-Typ und Charisma-Analyse. Da schauen wir uns ganz genau an, aus welchem Holz du geschnitzt bist, welche Fehler du bisher so gemacht hast und wir geben dir den Leitfaden an die Hand, was du ab sofort tun solltest, um in den nächsten Monaten das für dich endlich zu regeln, damit die Liebe für dich ein positives Thema ist. Und geh einfach auf www.flirtanalyse.de wenn du Lust hast, dich damit näher zu beschäftigen, dann sprechen wir miteinander, entweder mit einem meiner Experten oder mit mir persönlich. In den letzten 20 Terminen oder sowas war ich glaube ich bei 19 persönlich dabei, also es ist wirklich nur im Notfall, wenn ich mal nicht da bin, ansonsten wirst du mich dort auch kennenlernen, werden wir persönlich miteinander sprechen und ich mache mir ein konkretes Bild von dir und gebe dir dann meine Einschätzung über deine Situation und eine Empfehlung, was du ab sofort tun solltest. Ja, mein Lieber, Frauen sind toll, Frauen sind wunderschöne, emotional wertige, tiefgründige, wertebasierte Menschen, sofern du ebenfalls all diese Punkte sein kannst und da hauert es einfach bei den meisten, ja, weil Gegensätze ziehen sich an, je je mehr ich lerne, je mehr ich mein Leben lebe und je älter ich werde, desto mehr zeigt sich einfach, dieses Sprichwort ist Schwachsinn, wenn es um Pärchen und Beziehungen und um die Liebe geht. Gegensätze ziehen sich hierbei einfach nicht an. Es gibt Gegensätze, die sich anziehen und das Ganze ist meistens diese unterschiedlichen Energieformen von männlich und weiblich, völlig egal, es könnte auch zwei Männer sein oder zwei Frauen sein, jeder hat männlich und weiblich in sich. So, diese unterschiedlichen Energieformen, die ziehen sich an, die sind anziehend, aber selbst da habe ich schon tausend Beispiele gesehen, ich habe auch schon tausend Beispiele bei mir selber gesehen, dass wenn ich gerade in meiner weiblichen Energie bin, dass das einfach in dem Moment genau das Richtige ist und nur das hat dazu geführt, dass wir uns näher gekommen sind und dann konnte sie ebenfalls in ihrer weiblichen Energie sein. So, das Grundding ist echt einfach, dass du es dir selber erlaubst, der Mann zu sein, der schon längst in dir steckt und dazu gehört, dass du einen ernsthaften Blick in dich wirfst, ehrlich bist mit dem, wo du bisher einfach selber Mist gebaut hast, das nicht auf andere schiebst, sondern die volle Verantwortung für deine Situation übernimmst und sagst, ich will das besser machen. Ich kann das besser. Ich bin es auch wert, das besser zu machen und in Zukunft zu lernen, sodass ich die tollen Frauen kennenlerne, die es da draußen auch gibt. Egal, auch wenn es nur eine gibt von den 100, die dir in den nächsten zwei Wochen auffallen werden, ich sage es dir, ich sage es immer wieder, wenn ich einen Raum betrete und da drin sind 100 Menschen, ich finde den einen Menschen, mit dem ich klicke, garantiere ich dir. Du wirst da mit der Zeit einfach immer besser, immer besser und das ist eine Kunst, das ist keine Strategie, das ist eine Lebenskunst, die du erlernst und dann wie beim Fahrradfahren für den Rest eines Lebens einfach kannst, mit Menschen zu connecten, Menschen zum Lachen zu bringen und dass daraus auch eine sexuelle Spannung entsteht und nicht nur eine freundschaftliche. Gerade da, gerade da, da weiß ich ja, das ist der Knackpunkt, dass das Ganze auch in die sexuelle Richtung geht. Das ist nochmal eine ganz andere Komponente im Flirten. Ich hatte es vorhin kurz angewähnt, was Doppeldeutigkeit zum Beispiel angeht. Gehört auch zum Flirten dazu, wenn das Ganze sexuell geladen sein darf. Es gibt noch tausend Sachen, die du in den nächsten Wochen und Monaten lernen und erfahren und spüren wirst, wenn du dich auf diese Reise begibst, aber dazu musst du dich erstmal dazu entscheiden, ob du Lust hast auf diese Reise. Weil, wenn wir dir sagen würden, tu dies und du bekommst eine Freundin in 30 Tagen, dann wäre es gelogen. Ja, weil das Ziel ist nicht, eine Freundin zu bekommen. Das Ziel ist, dass du der Mann wirst, der jederzeit eine Freundin bekommen kann. Das ist dasselbe wie Lotto spielen. Es gibt einen Grund, wieso die meisten Lotto-Spieler, die ihre Millionen gewinnen, nach einigen Jahren wieder komplett pleite sind. Komplett, so alles weg. noch mehr Schulden haben als vorher. Richtig. Genauso wie die Gewinner von The Biggest Loser, wo es diese Abnehm-Show aus den USA, die am meisten abgenommen haben, nehmen nach der Show so viel zu, dass sie mehr hatten als vor der Show. Also mehr Gewicht. Mehr wiegen als vor der Show. Wie kann das sein? Weil du nicht die Person bist. Es bringt nichts, dir das zu geben, was du willst, wenn du nicht selber schon dazu fähig bist, das aus eigenen Kräften zu erreichen. Weil kaum ist es weg, bist du frustriert und du bist wieder genau am Nullpunkt. Ja? Diese Menschen, die Lotto gewonnen haben und dann alles wieder verloren haben und sogar noch schlimmer, wie Dominik sagt, dann sogar noch so verschuldet sind, die haben einfach nie gelernt, wie man mit Geld umgeht. Ja? Wie man sein Geld anlegt. Wie man sparsam ist. Wie man einen Budgetplan hat und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie diese Fertigkeiten nie entwickelt und verlieren alles wieder. Deswegen wäre es echt einfach unfair, dir gegenüber zu sagen, hier bei uns bekommst du eine Freundin oder ich habe da echt auch ein bisschen ein bisschen Sorgen oder große Sorgen sogar teilweise. Ich habe gerade vor kurzem, hast du es auch mitbekommen, Dominik, da hat eine Frau ihren Avatar gebaut online, also eine künstliche Intelligenz, mit der du chatten kannst und hat das Ganze angeboten für ein Dollar die Minute. Kannst du quasi mit ihrer KI, ich glaube, reden sogar, es war nicht nur chatten, reden, weil sie hat das Ganze über ein KI-Sprachsystem ihre ganzen Podcast-Folgen analysieren lassen und diese KI nutzt ihre Stimme und spricht mit den Leuten. Das ist wie ChatGPT, nur eben tatsächlich mit ihrer Stimme und sie hat eine Minute, einen Dollar pro Minute abgerechnet, hat das schon irgendwie, boah, was war es? Es war mindestens fünfstellig, mittlerweile sechsstellig, was sie da in den ersten paar Wochen verdient hat. Ich hoffe, dass da viele dabei waren, die das einfach mal aus Interesse gemacht haben, aber ja, ich befürchte es, wie du sagst, Dominik, es ist traurig. Ja, dieser Film, Her, mit Joaquin Phoenix, der wird echt sein, 100 Prozent. In ein paar Jahren haben wir das. fein ist. Also mit dem neuen iOS-Update, iOS 17 oder so, sind wir dem schon ganz nah, und wahrscheinlich gibt es schon die ein oder andere KI, die das gerade kann. Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja so, das ist so schade, um da gerade nochmal einzuhaken, weil Männer sind so einsam, dass sie zum Beispiel die damals so als, ich weiß gar nicht, ob das noch ein Ding ist, aber damals, als wir jung waren, gab es ja dann nachts diese Sex-Hotline-Bewerbungen, diese 90-Nummern und was auch immer. Und das liegt, lief ja nur, oder das konnten sie halt machen, weil es halt, weil Männer da angerufen haben. Und, ähm, allein, dass das, dass das Porno-Seiten an, an jeder Ecke sind, oder dass, ähm, Männer sind so einsam und versuchen dann so schnell irgendwie ihre Einsamkeit zu befriedigen mit den falschen Dingern, ähm, was halt immer wieder mehr zu mehr Einsamkeit führt. Allein halt einfach nur jemand, allein, allein eine Frau oder von mir aus jetzt eine künstliche Intelligenz dafür zu bezahlen, dass sie dir ein wenig Komfort gibt, wird deine Einsamkeit verstärken. In, in dem Moment fühlt sich das gut an, aber es wird langfristig deine Einsamkeit verstärken. Die Tiefkühlpizza, die schmeckt jetzt gut, aber die wird nie so gut schmecken, wie ein Sixpack im Spiegel aussieht. Sixpack am Bauch. Wohlgemerkt. Nicht, die Pizza wird nicht so gut schmecken. Wie ein Sixpack Bier, den du im Spiegel anguckst. Boah, der sieht ja geil aus. Ja. Ja, aber das erfordert Arbeit. Der Sixpack, der erfordert Arbeit. Der erfordert nicht nur Arbeit, der erfordert echt auch Überwindung und Situationen, die, wenn du, wenn du echt extrem übergewichtig bist, dann, ey, ich finde das so geil. Ich gebe mir immer so viel Mühe, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich sehe jemanden, der übergewichtig ist. Ich versuche so sehr, ich breche sie nicht an, weil ich habe das auch schon öfters gemacht und dann waren sie total nervös und hatten, waren noch mehr in ihrem Kopf. So, ich gebe ihnen ihren Raum, aber ich, ich gebe mir Mühe, dass sich, dass sich unsere Blicke irgendwie kreuzen. Und wenn sich unsere Blicke kreuzen, habe ich schon, habe ich schon von vornherein ein großes Lächeln auf und nicke ihnen zu, um so, hey, Respekt, einfach zu zeigen. Weil das ist einfach der Hammer. Jemand, der so außerhalb der Norm ist, in so einem Umfeld, wo alle gut aussehen oder auf dem Weg sind, gut auszusehen, genau fit sind. Wenn du dich dort halt zeigst, als ich bin überhaupt nicht fit, das erfordert echt Mut. Das ist klasse. so, aber diese Überwindung, die, die, die kann echt schmerzhaft sein, ne, sich zu zeigen, sich zu öffnen und zu sagen, ich kriege das mit Frauen nicht hin. Ich habe es jetzt schon so viele Jahre probiert, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ähm, ich dachte, ich werde es irgendwann lernen. Ich dachte, ich muss es ja irgendwie hinkriegen. Und wenn ich dann mal eine Frau habe, die mich mag, dann läuft das Ganze ja auch. Ist ja auch easy dann für mich, wenn, wenn sie mich dann mal mag. Aber je länger das Ganze voranschreitet, merkst du, Mist, aber bei, bei den Frauen, ich Interesse habe, kriege ich es einfach nicht hin. Ich habe keine Lust, immer wieder dieselben Frauen kennenzulernen, an denen ich einfach nicht wirklich Interesse habe. Dort dann echt dein Ego beiseite zu legen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich muss das jetzt lernen. Das, äh, das können nicht viele. Das machen nicht viele. Viele wollen lieber ihr Leben lang weiterleben mit demselben Schmerz, als dass sie ihren falschen Stolz einmal beiseite legen. Ähm, ich habe, ich fühle mich sehr dankbar dafür, dass ich dieses Ego nie hatte und von Anfang an lernen wollte. Und, äh, es ist so irre. Also, was heißt von Anfang an? Das, das war komplett inkorrekt, was ich gerade gesagt habe. Ich hatte es nicht mehr ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich das Ganze lernen. Ich kriege es nicht hin. Ja, wo diese zehn Frauen nacheinander mir alle gesagt haben, wir werden nur Freunde sein. Ab dem Punkt habe ich gesagt, gar kein Ego mehr. Ich will es lernen. Ich kann es nicht. Und ich habe jeden gefragt, der irgendwie, wo ich irgendwie gesehen habe, wow, der, der kann etwas. Der, der war gerade echt souverän bei der Frau oder die haben sich geküsst und die haben sich gerade erst kennengelernt. Was ist denn da passiert? Ich habe das Ganze aufgesaugt. Ich habe Fragen gestellt, Fragen gestellt, Fragen gestellt, Fragen gestellt. Und einfach lernt. Ich war so wissbegierig. Und, ähm, und da habe ich sehr viele Männer kennengelernt, die, die das komisch fanden, dass, das, äh, dass ich das lernen wollte. Und die haben gesagt, ja, es läuft einfach. Boah, was, was willst du da, was willst du da lernen? Oder dich verbessern? Wenn es läuft, dann läuft es halt. Ja, ganz cool. Wow, Digga. Schön für dich, dass du deine Freundin jetzt gefunden hast, äh, über die du dich jeden Freitagabend aufregst und sagst, ah ja, die alte Klette am Bein, hä. Was ist das denn für eine Beziehung? Nein, danke. Dein Leben will ich nicht haben. Ich möchte die Frau kennenlernen, in die ich mich selber, persönlich, jeden Tag wieder aufs Neue verlieben kann. Das ist die Partnerin, die ich wollte. Ja, und, äh, und ich kann mich sehr glücklich schätzen, weil ich denke, diese Partnerin hat mich auch gefunden. Ja. Was noch? Sind wir durch? Ich weiß es nicht. www.planteanalyse.de Wenn du möchtest, dass du diesen Leitfaden in dein Leben integrieren kannst, sodass du die Frau noch endlich eroberst, an denen du Interesse hast und vielleicht nicht geglaubt hättest, dass es möglich ist, es ist möglich. Ja. Du kannst das Ganze lernen und das Ganze auch in, in zehn Wochen. Aber, das Ziel ist, wo wir wieder den Kreis schließen mit dem, äh, mit dem, äh, The Biggest Loser und den Lottogewinnern, das Ziel ist nicht, eine Freundin zu haben, mehr Sex zu haben, nicht mehr einsam zu sein. Das kann deine Grundmotivation sein. Das kann, äh, die Initialmotivation sein. Die ist gut. Das ist der Startschuss. Das ist wie der Rahmen. Aber das Ziel, wie wir das Ganze ausfüllen, muss ganz klar definiert sein als, du musst der Mann werden, der Frauen anziehen kann, der jederzeit eine Freundin gewinnen kann für sich. Und das ist, das sind Fertigkeiten, das ist Selbstbewusstsein, das ist die eigene Erlaubnis, das sind Blockaden aus dem Weg zu räumen, die teilweise aus der, aus der frühen Kindheit stammen und die es einfach, die eine Weile brauchen, um sie auseinanderzudröseln und dass du verstehst, wie dich einfach seit Jahrzehnten etwas zurückgehalten hat. Ähm, das ist die eigene Sprache, ja, der, der innere Dialog mit dir selber und da, der ist, der sieht katastrophal aus. Auch die Worte, die du wählst. Der sieht absolut katastrophal aus bei den meisten. Die Worte, die du, die du sagst. Ja. Überhaupt keine Selbstliebe, nur Selbstkritik, nur Selbsthass fast schon. Und naja, man versucht das ja, Dominik und ich haben da so ein Pet-Peef jedes Mal, wenn wir mit jemandem sprechen, der halt viel Mann-Worte benutzt, weil damit dissoziatives Verhalten ist. dass du keine wirkliche Verantwortung für dich übernimmst in dem, was du gerade sagst. Ähm, und da gibt es tausend Sachen. Und das ist meistens, und da, um da gerade nochmal, da nochmal reinzugritschen, also, wenn wir gerade schon darüber sprechen, es ist meistens so, bei den Männern, die genau dann einfach Mann sagen, statt ich zu sagen, es ist dann in den Momenten, wenn sie über eine, also es ist entweder in den Momenten, wenn sie über einen Erfolg mit Frauen sprechen, ja, dann hat man sich getroffen und dann hat man einen schönen Abend miteinander verbracht, oder es ist das komplette Gegenteil. Es ist dann, wenn sie, wenn der Schmerz so groß ist, so, dass er nicht auszuhalten ist, sodass sie sich aus dieser Situation herausnehmen müssen. Und das wäre dann, wären dann so Situationen wie, ähm, ja, und dann, dann hat man sich dann getrennt und dann, ja, und dann sitzt man da zu Hause alleine mit, mit einer Flasche Wein und, und dann weiß man auch nicht, was man, was man tun soll. Angst vor Emotionen. Ja, das ist die Distanz vor Emotionen grundsätzlich, wie du gerade gesagt hast, es sind sowohl die positiven als auch die negativen Emotionen, vor denen diese Männer Abstand nehmen wollen, weil sie, weil sie nicht mit Emotionen umgehen können. Ja, ich bin aber ein emotionaler Mann. Na ja, wenn man sich mal kennenlernt, dann, nee, null Emotionen da drin. Du kannst nicht flirten, Flirten ist die Sprache der Emotionen, du kannst nicht zu deinen Emotionen stehen, du kannst nicht mal zu deinen Bedürfnissen stehen, wenn, wenn jemand, wenn jemand über eine Grenze geht, dass du dann nicht Nein sagen kannst. Du, du hast das Gefühl, immer ausgenutzt zu werden, ja, weil du keine Grenzen ziehen kannst, weil du niemanden vor den Kopf stoßen willst. Emotionen bedeuten nicht nur Positives oder nur Negatives. Es bedeutet, dass du die Bandbreite in dir selber so ausfüllen kannst, dass du authentisch in jeder Situation agieren kannst. Weißt du, was das bedeutet, authentisch zu agieren? Es bedeutet, dass du jede Emotion, die in dieser Situation möglich ist, dass du auf die Zugriff hast und diese auch aktivieren kannst und leben kannst. Nicht als Opfer und Spielball deine Emotionen. Und ich weiß, warum die meisten Männer das nicht machen, weil wir das so eingetrichtert bekommen haben, gerade im deutschen Raum. Ernst sein, ernst sein, ernst sein, kein Spaß, das macht man nicht, das darf man nicht, lass das, tu das nicht. Okay, dann werden wir irgendwann mit dem Stock im Arsch und sind total ernst. Aber diese Bandbreite an Emotionen wieder zurückzuentwickeln, dass du darauf Zugriff hast, ist eines der Schlüssel dabei. Und das lernst du. Das ist das Schöne dabei. Das lernst du durch die Sprache der Emotionen. Das lernst du durchs Flirten. Learning by doing. Ich werde einen Teufel tun und dir einen Videokurs geben, wo du jetzt erstmal zehn Tage lang an deinem Selbstbewusstsein arbeiten sollst. Oder, keine Ahnung, wie du eine Freundin in zehn Tagen bekommst, indem du irgendwas im Internet machst. Nein. wir wollen in der echten Welt Männer ausbilden, dazu frei zu sein, selbstständig, selbstbewusst, sexy, attraktiv, sodass sie Frauen anziehen, die sie wollen. Und dabei werden sie auch Frauen anziehen, die sie nicht wollen. Das gehört einfach dazu. Wenn du attraktiv bist, bist du attraktiv. Siehst du einfach Menschen an. Und dann kannst du entscheiden. Aber diesmal, diesmal kannst du halt sagen so, wow, danke, Frau, die ich nicht so attraktiv finde. Danke, danke für das Kompliment. Aber, danke, nein. Statt schon wieder eine Beziehung vielleicht mit jemandem zu beginnen oder mit jemandem anzubundeln, die du eigentlich nicht so willst, während die Frau, die du eigentlich willst, gerade an dir vorbei geht und du nicht die Eier in der Hose hast, dir anzusprechen. Oder du sagst, danke, ja, und flirtest einfach mal mit einer Frau, auch wenn du kein weiteres Motiv verfolgst. Oder so. Oder wenn sie vergeben ist oder du vergeben bist. Warum nicht einfach mal trotzdem flirten, Spaß haben, Freude verteilen, wirklich, wirklich der Mann zu sein, bei dem Frauen sich wohlfühlen. Und, genau, und aufgrund dieser Basis hast du dann erst wirklich, kannst du erst wirklich stolz sein auf deine Werte, wie zum Beispiel Loyalität, weil gerade weil du mit anderen Frauen flirten kannst, nicht schlafen, nicht fremd gehen, flirten, dass du selbstbewusst bist und ihnen gute Gefühle schenkst und selber dabei Spaß hast und sie dabei Spaß haben und ihr beide merkt, hey, in einem anderen Universum, wenn wir beide Single wären, ja, vielleicht. Aufgrund dieser Basis du dennoch sagst, ganz klar bin ich mit meiner Frau zusammen und ich würde niemals mit einer anderen Frau was starten. Das kannst du ja nur, wenn du die Auswahl hast. Wenn du keine Auswahl hast, weil niemand dich will, außer deine Frau, dann kannst du noch so stolz auf deine Loyalität sein, diesen Hirngespinst, weil sobald dann wirklich die Chance kommt, sehen wir mal, wie stark du wirklich bist. Und jetzt kannst du es sagen, das bin ich nicht, kann ja sein, dass du dieser Mann nicht bist, aber ich habe genügend Männer kennengelernt, auch genügend Frauen kennengelernt, für die Fremdgehen ziemlich schnell und easy vonstatten gegangen ist, weil sie einfach keine Auswahl hat. Und dann kommt endlich mal jemand, der wieder irgendwie, oh, der zeigt Interesse an mir, habe ich schon lange nicht mehr gespürt, bumm, werden sie sprach. Ja, aber das Problem ist einfach schon viel, viel früher. Das Problem ist, dass du keine Auswahl hattest, dass du nicht der Mann geworden bist, der erkennen kann, wenn Frauen mit dir flirten, der Frauen versteht, der diese Verantwortung auch mal abnehmen kann, der diesen Rahmen setzen kann, in dem ihr beide einen magischen, wunderschönen Moment miteinander aufbauen könnt und darin ihr dann auch den Tanz überlässt, sodass sie dich genauso verzaubern kann, wie du sie. Ja, und dazu gehören zwei. Das könnt ihr nur zu zweit und deswegen ist das Ganze so schön, weil Frauen flirten schon ohnehin mit dir und du darfst das Ganze auch öfters erkennen. Das war's für heute. Flirter-Ladius.de Wenn du das Video gerade auf YouTube gesehen hast, wir releasen es meistens einen Tag nach der Audio-Version auf Spotify, Podcasts, Apps, Rings um die Welt, Google, keine Ahnung, Amazon Podcast, überall, wo du Podcasts findest, findest du auch diese Folge. Einen Tag später meistens dann auch auf YouTube. Hinterlass gerne einen Daumen nach oben, einen Like. Damit wissen wir, dass wir das gut gemacht haben oder dass dich das Thema interessiert und dann werden wir mehr darüber sprechen. Wir wissen zum Beispiel, wir haben ja gerade vor kurzem darüber geredet, was die meistgehörte Podcast-Folge ist beziehungsweise die, die auch am meisten Likes bekommen hat und da werden wir nochmal drüber sprechen. Also, gib uns gerne dieses Feedback und ich sehe dich nächste Woche oder schon heute oder morgen oder wann auch immer in der Charisma-Analyse. Also, mein Lieber, nimm dein Leben ernst. Du bist es wert. Fahr vorsichtig. Tschüss. 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 付Folge. Bis zum nächsten Mal.